Menschen A1, L17, Dialoge. Wollen. Was wollen sie machen? Ich will ein Buch schreiben. Fahrrad fahren. Was willst du morgen machen? Ich will morgen Fahrrad fahren. Am Wochenende. Wann will er Deutsch lernen? Er will am Wochenende Deutsch lernen. Kaffee ohne Milch. Wollen Sie Kaffee mit Milch trinken? Nein, ich trinke immer Kaffee ohne Milch. Nach Deutschland fliegen. Wann wollt ihr nach Deutschland fliegen? Wir wollen im Sommer nach Deutschland fliegen. Werden. Was will dein Sohn werden? Er will Schriftsteller werden. Erreichen. Was willst du in deinem Leben erreichen? Ich will viele Fremdsprachen lernen. Viel Geld verdienen. Willst du viel Geld verdienen? Ja, ich will unbedingt viel Geld verdienen. Ich will reich werden. Danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Und ciao.